Yo, was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werde ich euch natürlich die Woche 7 Challenges vorstellen und so eine kleine Zusammenfassung machen. Also alles nochmal kurz erklären, damit auch keine Unstimmigkeiten sind und dass ihr auch alles wirklich verstanden habt. Und da würde ich dann eigentlich auch schon sagen, bevor es mit dem Video ganz schnell losgeht, könnt ihr meinen Partner Pico Keys abchecken für den Bangra Boogie Emote. Der ist extrem selten und wird bald sehr teuer, Freunde. Es gibt nicht mehr viele Keys auf dem Markt. Plus ihr findet auch das Galaxy Lama als Spray auf der Webseite. Das Ding ist, Freunde, nur als Beispiel. Das Galaxy Spray Lama war 29,99. Jetzt, Freunde, kostet es 50 Euro, weil es einfach komplett ausverkauft wird. Also deswegen verpasst Bangra Boogie nicht. Ihr werdet es irgendwann bereuen, würde ich sagen. Aber nun gut, genug auch auf jeden Fall in diese Richtung. Fangen wir jetzt direkt mal mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Die allererste Challenge ist Durchsuche Thron bei Catty Corner. Ich denke mal, das ist einfach. Das ist hier unten. Ihr müsst insgesamt sieben Stück davon suchen. Dann, Freunde, müsst ihr bei Craigie Cliffs, also hier oben nochmal, drei Eliminierungen durchführen. Dann müsst ihr Spinnenweben bei der Authority kaputt machen. Ich denke mal, dass das ganz einfach ist und nichts zu erklären braucht. Also dann hängen da halt so Spinnenweben. Müsst ihr die einfach kaputt schlagen. Dann müsst ihr einmal Tony Stark bei seinem versteckten Labor am See besuchen. Das wäre das hier. Dieses Gebäude. Das ist das, wo die Garage ist, wo die Zeichnungen vom Battle Bus sind. Und dort sollte der Kollege dann drin sein. Wir können gerne gleich nochmal vorbeigehen, wenn ich euch das hier erklärt habe, warum ich eigentlich hier bei Doom's Domain bin. Auf jeden Fall gibt es dann noch eine Aufgabe. Wir müssen von Sweetie Sands nach Misty Meadows. Also hier, Misty Meadows ist hier. Und ihr müsst sozusagen zu Sweetie Sands, also hier oben. Nehmt dann die Route hier außen. Fährt dann hier runter. Könnt hier kurz nochmal tanken. Fährt weiter. Ah ne, Moment. Ihr müsst erst tanken und dann fahren. Weil ihr dürft nicht aussteigen, Freunde. Das bedeutet, ihr fahrt dann von hier runter zu Misty Meadows. Habt die Challenge dann sozusagen absolviert. Versuch, äh, verursache Schaden, nachdem du einen Gegner mit Storms Wirbel, äh, Windschuh weggestoßen hast. Sollte auch ganz klar sein, denke ich mal. Auch eine ganz einfache, klare Sache. Und da müssen wir Gegnern bei Coral Castle Schaden zufügen. Und Coral Castle, Freunde, ist links oben. Ganz entspannt. Ganz klare Sache. Und, ähm, ja. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz, ganz klare Sache. Dann, Freunde, sind wir jetzt hier bei Doom's Domain. Ihr müsst einmal Doom sozusagen töten. Bekommt dann seine Karte. Denn wir müssen laut den Challenges, ich zitiere, betritt den Tresor in Doom's Domain. Ich denke mal, dass wenn der Tresor offen ist, dass es genauso zählt. Wenn nicht, Freunde, müsst ihr halt sozusagen auf ganz entspannt halt Doom töten. Ist ja keine schwierige Sache. Und dann könnt ihr halt da sozusagen reingehen. Also auch alles, äh, im grünen Bereich. Und sollte auf jeden Fall nicht so schwer sein. Das ist auf jeden Fall auch der Tresor eigentlich von Doom's Domain. Ähm, Doom's Domain ist ja die komplette Location. Deswegen gehe ich davon aus, wenn ihr dann hier seid, Zutritt gewährt wurde, habt ihr das Ganze dann auch schon soweit absolviert. Und das war, Freunde, war auf jeden Fall soweit alle Challenges. Falls ihr mit irgendeiner Challenge Hilfe benötigt. Oder Ähnliches, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Helft euch gegenseitig. Und das sollte es eigentlich im Grunde gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich dann verabschieden und wünsche euch natürlich noch einen angenehmen Tag und würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, get in the middle flow, euer Fraps und ciao.